Wer auch sofort in Führung geht mit dem Auto und werden teiligen, die beiden, die das Auto zusammen teilen, hat er heute Morgen schon eine bombastische Zweit. Tobias Harleker, dann Michael Fischer und Lars Kämpfer und dann Rade Osmar. Das ist also die Klasse 4. Spezial-Tourenwagen, da darf alles verbraucht werden. Es muss aber doch zu einem normalen Zustand sein, dieses Auto, sodass es zu erkennen ist. So, fünf Runden ist ja unsere Strecke, die wir heute einmal ansetzen für die Vorläufe. Drei Vorläufe fahren wir insgesamt, bevor wir dann in den Klassenentlauf gehen. Im Klassenentlauf geht es um Pokale, Preisgelder und auch Punkte noch für die Meisterschaft. So, wenn wir das mal sehen. Außer diesen französischen Sonderfahrer, vom MSC Moor, haben wir hier eine Covid-Klasse. So, hier ist der Führer, Oliver Zwiebelbruch, Michael Fischer, Michael Fischer, Oliver Zwiebelbruch, Oliver Zwiebelbruch, Michael Fischer, Oliver Zwiebelbruch, Rando Bosmar, und dann haben wir noch die 472. Re siete Zwiebelbruch. Jetzt gezeigt, Oliver Siebbrück, mächtiger Vorsprung für ihn und sein Auto natürlich. Klasse 4, wie gesagt, unsere Spezial-Tuben, aber 14,5 cm gedrosselt. Mehr darf es hier nicht sein. So, da ist der Sieger, Sieg-Einlauf, Oliver Siebbrück gewinnt ganz super. So, dann gibt es eigentlich noch den Positionswechsel. Aber die Erfahrung gibt es nicht wieder. Randolf Großmann, noch vorbeigehen.